...mehrfachen Sieger bei den DJM, Alexander Eichner. Ja, Alex! Auf der Bahn 2 für den SC Wiespaden, den mehrfachen Weltmeister und Weltrekordhalter, Rettungsschwimmen, Danny Wick. Ja, Danny! Auf der Bahn 3 für die SG Frankfurt, Olympiasieger und Weltmeister, Chad McClough. Ja, ich steh! Auf der Bahn 4 für den DSB in Zwölf Darmstadt. Er hat Medaille gewonnen bei der Deutschen Meisterschaft, Luis Jäger. Hey, Luis! Er waren 5 SC Wiespaden, er war Finalist bei den DJM, Andriy Kowalenko. Hey, Andri! Auf der Bahn 6 für den SC Wiespaden, ebenfalls ein Finalist bei den DJM, Artem Chobotar. Hey, Adam! Wir sehen das Finale 50 Meter später, den Männlich in der offenen Wertung. Und dann muss man... Und dann muss man... Und dann muss man... Untertitelung des ZDF für funk, 2017